Das war für mich eines der größten Highlights und schlussendlich auch der Grund, warum ich mich als Unternehmer selbstständig gemacht habe. Kunde bei Schäfer & Sonee zu sein, fühlt sich extrem, extrem gut an. Vor allem sicher. Mein Name ist Abdullah Salama und ich bin Geschäftsführer der Grünen und Kollegen bei Marketing GmbH. Meine Ausgangssituation vor der Zusammenarbeit war, dass ich bestrebt war für meine Mitarbeiter, die beim Unternehmenserfolg maßgeblich mitbeteiligt sind und unentbehrlich sind, dass die nicht nur jetzt exzellente Gehälter kriegen, sondern auch in der Zukunft extrem gut vorsorgen. Ich habe einen professionellen Ansprechpartner gesucht, der mir dabei hilft, das Ganze auf eine unternehmerfreundliche Art und Weise zu lösen. Der Grund, warum ich mich nicht schon früher bei Schäfer & Sonee gemeldet habe, ist der, dass ich aus meinem privaten Umfeld und an meinem geschäftlichen Umfeld lauter Horror-Stories gehört habe, von Finanzdienstleistern, die intransparente Verträge vermitteln und dass man das schlussendlich hätte selber machen können. Das ist eine Untücke als Geschäftsführer, dass man denkt, dass man, wenn man sich in ein Thema zwei, drei Tage reinarbeitet, dass man dann Gott und die Welt versteht. Nach einem kurzen Gespräch mit ihr habe ich gecheckt, dass ich halt nicht mal ansatzweise weiß, was es abgeht und welche Möglichkeiten überhaupt entstehen oder bestehen. Der Grund, warum ich mich für eine Zusammenarbeit mit Schäfer & Sonee entschieden habe, ist zweierlei. Zum einen habe ich aus meinem persönlichen Umfeld von anderen Geschäftsführern gehört, dass sie einen exzellenten Job macht, zum einen. Zum anderen war ich von der fachlichen Expertise mehr als überrascht. Also ich habe in der Vergangenheit schon die ein oder andere Beratung wahrgenommen und bei tieferen Fragen hatte ich nicht den Eindruck, dass da irgendwie eine Expertise dahinter steckt, noch die Perspektive eines Unternehmers verstanden wird. Beides war dann in dem Falle mit der Beratung mit Marc dann halt komplett anders. Ich habe gesehen, zum einen ist er extrem tief in den Themen drin, so dass er mir auf jegliche Detailrückfrage bis auf den letzten Cent genau antworten konnte, wie das Ganze gestrickt ist und welche Vor- und vor allem auch Nachteile existieren. Und zum anderen hat er auch die unternehmerische Sicht und die steuerliche Komponente, die ich normalerweise bei einem Finanzdienstleister absolut vermisse. Die Haupterkenntnis aus der Zusammenarbeit war, dass man selber zwar oberflächlich in finanziellen Themen drin ist, aber niemals alle Aspekte, alle Versicherungsaspekte, alle Steueraspekte so tiefgründig berücksichtigen kann, wie ein Experte wie Marc. Die Zusammenarbeit hat sich nachhaltig extrem positiv auf mein komplettes Unternehmen und vor allem über Jahre hinweg ausgewirkt. Hintergrund ist der, weil ich merke, dass die Wertschätzung, die ich gegenüber meinen leitenden Angestellten zeige, indem ich mich proaktiv für ihre Vorsorge bemühe, wird mir gespiegelt durch eine viel höhere Leistungsbereitschaft und der Intention meiner Mitarbeiter über Jahre und Jahrzehnte bei mir zu bleiben, weil sie genau wissen, bei mir werden sie einfach viel, viel, viel Vorsorge, Vermögen aufbauen. Das beste Erlebnis war, dass ich teilweise skurrile Wünsche und Rückfragen hatte, wo Marc dann sachlich und wertschätzend diese aufgenommen hat, in einem zweiten Termin nachbereitet hat und mit mir ins letzte Detail gegangen ist, was mir gezeigt hat, dass es ein Mensch ist, der seinen Job extrem ernst nimmt und extrem darum bemüht ist, höchste Qualität in seine Beratung wiederzugeben. Durch Zusammenarbeit mit Schäfer und Sune bin ich auf Themen aufmerksam geworden, die einfach realistisch wichtig sind, die dafür sorgen, dass ich heute schon weiß, wo ich in 20, 30 oder sogar 40 Jahren finanziell stehen werde. Das war für mich eines der größten Highlights und schlussendlich auch der Grund, warum ich mich als Unternehmer selbstständig gemacht habe. Kunde bei Schäfer und Sune zu sein, fühlt sich extrem, extrem gut an, vor allem sicher. Man kann ruhig schlafen, man weiß, hey, haftungstechnisch ist alles super, vorsorgetechnisch hat man auch alles gemacht, was in seiner Hand ist, man weiß, man ist im professionellen Hinten. Das ist schon ziemlich geil. Die Zusammenarbeit mit Schäfer und Sune kann ich vor allem anderen Geschäftsführern und Selbstständigen empfehlen. Vor allem Leute, die wollen das, Leute das mit der Unternehmerbrille betrachten, Leute, die das aus dem steuerlichen Aspekt und also aus dem Haftungsaspekt betrachten. Das ist schon eine ziemlich, ziemlich große Erleichterung, also generell allen Unternehmern und Selbstständigen.